Puschen die weit mal. 96 99 und mein Wabbel ist fertig. Ja, lass sie mal kommen. Wir sind alle drei hier. Okay, geht los. Los, innen drin. Einer cracked. Einer noch. Noch einer noch. Hier ist eine Wraith. Das haben sie sich anders vorgestellt, glaube ich. Da sag ich jetzt mal gar nichts zu. Äh, mein Rechner ist abgestützt. Ja, der läuft da rüber. Alles pro Strand. Aber schießen die mich denn? Nein. Geh aufs Dach. Möglicherweise alle drin. Ja, auch einer bei mir auf der Dach. Hab ich den. Da ist noch einer runter. Der brennt aber. Nein, der Jimmy pusht mich. Nein. Zweite noch. Runden gefilmt. Oh nein. Er droppt einfach runter. Schlagt auf dem Scheid. Der hat ein Rollship. Oh nein. Wer da? Was ist da? Leider hin. Wer da? Was ist da? Wir sollten da näher ran Hier gezippelt, was sind da uns hoch? Caustic Er ist gebraucht Ach, scheiße Aber wir haben eigentlich gar nicht mal so schlechten Spot Stirb Caustic, oh nein ich fall auch runter, kannst du mir den Lift setzen? Ja Wo war der? Unten noch ein Team Ich hoffe, hier kommt was, hier kommt was Was denn? Mal hier den hinteren Teil spielen Cypher Ja, ich hab ja gesagt Die kommen, die kommen, die kommen Ja, dann schießt sie drauf Ja, genau Was? Der ist One-Shot Drei 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 Wo ist der hin? Hä? Unter mir direkt Vor euch fetzen sie sich auch Ja, dann kommen wir auch Wo? Ich holte da Keine Naden mehr Sind welche low? Man Sind welche low? Man Der ist Ich glaub das war noch der unten, oder? Ja Ja Die Rave Die kann sie nicht mehr bewegen Aber wir können ja trotzdem fertig machen Ich kann ja runter gucken Ich kann ja runter gucken Ich kann ja runter gucken Wuhu 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 Wieso nimmt der da eigentlich keinen Schaden? Eine Alsаков pod T tiss Hähääääääääe Gärme Hähähä Und ich wollte auch mal 2000 Schadenorschadenspatch Hähähää Hähähä Ach so, sorry, sag was doch Ich dachte, er entgeht dir oder hat sich clever bewegt.